Ah, guck mal. Perfekte Map für die Jahreszeit. Come back. Es ist Nemesis. So. Also wir machen zuerst den schlimmsten Gen. Und das ist der hier in der Mitte. Er hat immer noch diesen komischen Soundbug oder was auch immer das sein soll. Immer dieses Stück Fleisch, was man an der Wand klatscht. Oh, kommt er? Achso, nee, du bist ja jemand anderes. Nee. Ich glaube, jetzt spielen ist wahrscheinlich sogar mehr. Äh, Meg? Meg, komm mal runter. Ich brauche das für meine Mission. Komm mal ran. Wir müssen zusammenarbeiten. Da oben ist er. Oh, shit. Er kommt. Jetzt packt er seine Peitsche aus. Okay. Ah, ich wollte nicht T-Baggen. Es ist wirklich, ich bin aus Versehen rausgekommen. Wirklich. Ich, ich, ich mach sowas nicht. Ich bin, ich bin, ich bin keiner der Spieler, die, die das machen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, da kommt er, aber Meg ist ja doch ein bisschen zählicher geworden. Komm, wir gehen wieder runter. Oh, sehr schön. Shit! Und ich glaube nicht, dass es gerade weniger spielt, weil heute ist Samstag, Wochenende. Ich glaube, da spielt es mehr. Genau, geht. Okay, sehr schön. Los. Okay, du willst ihn retten? Okay, ich mach den nächsten Gen. Guck mal, hier ist er. Äh? Okay, der, der Killer ist taub. Alles klar. Hallo, kooperative Interaktion. Hallo, hallo? Der, 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 der hat noch nicht. Nein, jetzt kommt er. Das will keiner. Lauf. Sehr schön. Du, du, du machst das gut. Du machst das gut. Ah, jetzt will er mich. Alles. Mann, diese komischen Sounds, ey. Was ist das? Ach ja, es ist echt ein geiles Spiel. Ohne Scheiß, wenn im März The Ring rauskommt. Oh, das... Ohne Scheiß ist es so geil. Mal gucken. Ich versuche mal nachher, äh, mehrere an BPD ranzukriegen. Oh. Oh, Chat. Alle Gens fertig. Der Mrs. hat reingeschissen. Und ich renne zum Ausgang. Ausgang ist wichtiger. Wie gesagt, Randoms. Egal. Unser Leben ist wichtig. Deren Leben nicht. Nur unser Leben. Das, das müsst ihr euch mal vorhalten. Euer Leben wichtig. Deren Leben nicht wichtig. Wir werden natürlich jetzt abwarten auf 99%. Das machen wir jetzt einfach mal. Gucken, ob er kennt oder nicht. Ich denke mal, dass er kennt. Ich brauche einen Schneemann. Ach, ihr auch? Okay, sehr schön. Welcome. Guck mal, die Palette ist natürlich so geil. Los, 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 los. Lauf! Boah, guck mal. So muss man das machen. Hä? Er trifft gar nicht mehr. Oh. Boah, ist schon mild. Ja. Wenn sie keinen Entscheidungsschlag dabei hätten. Ja, selbst schuld. Selbst schuld. Sie hat Nemesis verärgern wollen. Jetzt bekommt sie. Selbst, ohne Scheiß, selbst schuld. Wer, wer ihn so krass treu, der muss nein. Aber wie ist es? Ja. Wie ist es? Ich will. Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020